Hey meine Freunde, willkommen. Wir sind hier bei GTA San Andreas. Die nächste Mission Intensive Care soll starten und auch erfolgreich abgeschlossen werden, hoffentlich. Bei diesen zwei Spackos. Crack on, Rosie. Spitz it out. I threw it all away. Okay, I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab and everything went to shit, but so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino. So I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit, let me think about this. You're going to have to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath. Okay, I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now the Forellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the family succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete, whatever. Okay, okay, relax. I'm going to shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada bing! Alles klar, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, wir sehen ein bisschen anders aus. Ich war ein bisschen shoppen, hab mir ein paar kleine Motten gegönnt. Und ja, jetzt sollen wir Johnny Sindacos aus dem Krankenhaus holen. Das ist mein Auto, das hab ich hier vor der Tür geparkt. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, diesen Typen... Ja, das habt ihr nicht gesehen, das war die Folge, die mir abgeraucht ist. Da mussten wir eben den Typen Angst einjagen, hatten ihm aufs Auto geschnallt und sind dann durch die Stadt gefahren mit ihm. Nicht, um eine Rundfahrt zu machen, sondern um ihn wirklich in die Hose die Scheiße zu pflanzen. Und der ist jetzt im Krankenhaus. Wie ihr gehört habt, wird die Schuld anderen zugeschoben. Jetzt will eine andere Familie ihn ausrotten und wir sollen ihn aber holen und in Sicherheit bringen. Obwohl wir ihn ja eigentlich erledigt haben. Naja. Was heißt erledigt? Wir haben ihm halt ziemlich einen... Ziemlichen Schock versetzt. Scheiße. Die Mafia muss Johnny in den Führer haben. Such den Krankenwagen, in dem Johnny sich befindet. Ach, es sind nur drei. Schön. Also hat die Mafia schon einen Krankenwagen organisiert, um ihn mitzunehmen. Die sind raffiniert, die Arschlöcher. Ja, jetzt müssen wir ihn natürlich auch finden. Na toll. Hoffentlich ist er gerade im Ersten. Vielleicht haben wir ja Glück. Oh, da ist der Erste. Da ist er, der Krankenwagen. Scheiße. Die Möffe wurde aus dem Krankenhaus... Okay, shit. Sie wurden alarmiert. Scheiße. Scheiße. Wäre jetzt natürlich bitter, wenn sie den hier, den wir jetzt gerade vor der Nase haben, da vorne, wenn das auch kein echter ist. Äh, wenn das ein echter ist. Außerdem fahren wir jetzt mal drauf. Scheiße. Okay, er ist im Letzten. Natürlich. Natürlich ist er im Letzten. Wo auch sonst? Okay. Oh, fuck. Jetzt haben wir gerade ausgerechnet Bullen umgerammt. Okay. Ich sehe gar nichts vor lauter Zeichen auf der Karte. Aber hier muss er sein. Hier ist er. Da vorne. Ist das ein fucking Ernst, der blöde Sau? Da ist er. Zertelle ihn ein wenig, um den Mafiosus zu zeigen, dass es ernst meint. Okay. Ich meine es fucking Ernst, Leute. Komm her, du Sau. Boom. Boom. Und nochmal. Boom. Das heißt, in ein wenig Zertellen, wir müssen ja fast komplett schrotten. Okay, schnell weg. Wobei, wir lassen den Alarm gerade an, dann kommen wir hier schneller durch. Schnell zur... Der fährt einfach gegen die Wand. Voll lauter Panik. Und der auch. Alles klar. Okay, shit. Verstärkung. Oh, shit. Wir haben Stress mit der Mafia. Das ist kacke. Gott sei Dank sind die relativ schnell, die Dinger. Immer schon auf die Seite. Notfall, Notfall. Mayday, mayday. Das ist eine kleine Schießerei. Darf auch nicht fehlen in GTA, San Andreas. Natürlich nicht. Oh, oh. Ich lebe mir ziemlich dicht am Arsch. Sorry. Okay, wir haben es geschafft. Da vorne ist es. Puh. Hey Johnny, how are you feeling? I didn't think he was gonna beat this judge till tomorrow. Nice. So, dann gucken wir mal kurz auf der Karte, was hier am nächsten ist. Oh, wir haben ein C. Ich glaube, das gucken wir uns am besten einfach mal an. Dazu fahren wir jetzt geradeaus. Und dann als nächstes links. Und dann fahren wir schon gerade drauf zu. Das war jetzt eine ziemlich spaßige Mission. Wir lassen gerade hier den Dings an. Dann haben wir hier freie Fahrt. Gott, die Leute. Ihr müsst doch nur ganz leicht aus dem Weg gehen. Ihr müsst doch nicht die komplette Straße freiräumen. Ich brauche doch nur eine Gasse, um durchzufahren. Leute. Ihr müsst nicht die ganze Straße kaputt fahren. Was weiß ich. Hier guckt es euch an. Die fahren einfach gegen die Wände. Der macht gar nichts. Stellen sie sich ein. Riese Taxi-Fahrer immer. Unerhört. Boom. Fährt gegen die Hauswand. Boom. Fährt in mich rein. Richtig cooler Typ. So. Neue Mission, neues Glück. Los geht's. Miss Appropriation. Die Hauswand. Hallo Karl. Es ist ein lange Zeit, oder? Ja. Ich habe mich zu missen. Ich weiß, euch alle. Jetzt, warum ich nicht glauben? Geh hier! Jetzt, Dinge haben sich entwickelt, seit der letzte Zeit, wir haben. Außer unseren besten Anfragen, die Giga ist fast auf. Ich bin sicher, dass du einen Weg finden kannst, zu halten. Du bist immer noch nicht. Karl? Das ist nicht um, zu halten, zu halten! Hey, hör auf den Mann! Wir alle gleiche, Karl. Du, ich, ich. Wir alle versuchen, sich aus der hole zu holen. Wenn jemand auf mich, ich muss auf dich. Wo ist Hernandez mit dem fucking Me? Er ist zu lange weg, Tenpenny. Gibt es ein bisschen edgy, Leute? Wie lief das? Wie lief das, du Scheiße? Das gibt dir eine Idee, wie edgy ich bin? Woah! What the fuck? Get up, bitch! You paying attention? Now, there's a ruined town out west of here. Aldea, Malvada. And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier. Now, you get the dossier, and you make both of them disappear. Okay. Klick nach normalem Polizisten-Alltag. In dem Gespräch haben wir ins Muskeln verloren. Geht mir aus... Alter, ich hasse es einfach. Verpisst euch! So, da sind wir wieder. Oh shit, da ist einiges los. Fuck, ey. Fuck, ey. Fuck, ey. Fuck, ey. Das wäre eigentlich der ideale Weg, um ihn auszuschalten. Aber dann haben wir eben nur einen, nicht beide. Egal. Vollgas. Oh, fuck, 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 Leute. Perfekt. Das war's schon. Jetzt nehmen wir den Heli. Ernsthaft. Den können wir nehmen. Gut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Und tschüss.